Faires Zeug, regionale Gaumenfreuden, Naturkosmetik und besondere Geschenke. In unserem Ladengeschäft in Trostberg finden Sie eine feine Auswahl an genussvollen, regionalen und fair gehandelten Produkten. Stöbern Sie durch unser Sortiment an handwerklich produzierten Köstlichkeiten. Gerne dürfen Sie unsere kulinarischen Highlights probieren. Nutzen Sie auch unseren Geschenkeservice. Liebevoll ausgesucht und individuell gestaltet, liefern wir Ihnen außergewöhnliche Gastgeschenke. Unser ausgewähltes Sortiment sowie spannende Informationen zu unseren Produkten finden Sie zusätzlich in unserem Online-Shop. Regional und fair, von Menschen für Menschen. Besuchen Sie unseren Shop oder unser Ladengeschäft am Stadtplatz.